hallo und herzlich willkommen auf dem kitebilders youtube kanal was soll ich sagen schon wieder ein neuer kanal ja kitebilders ist recht neu gegründet am 1 november 2014 kitebilders ist aber auch anders dann ist ein drachenkanal von drachenfliegern für drachenfliegern an dieser stelle werden wir in zukunft spannende berichte aus der drachenwelt veröffentlichen und das hart am puls der zeit und viel schneller als jedes printmedium wir werden für euch interessante drachenfeste besuchen große und kleine drachenflieger für ein interview vor die kamera holen zeigen wie man klippen im drachenbau erfolgreich aufschifft und nicht zuletzt brandneue drachen genauer unter die lupe nehmen kurz gesagt wir versuchen möglichst umfassend aus der drachenwelt zu berichten dabei sind wir natürlich auf eure hilfe angewiesen anregung kritik vielleicht ein kurzes video her damit genauso freuen wir uns über ein kurzes like hier unten einfach klicken es tut nicht weh und wenn ihr sicher gehen wollt dass ihr kein video verpasst dann abonniert doch einfach diesen kanal tut ebenfalls nicht weh also in diesem sinne viel spaß auf dem kite builders youtube kanal eurem newsfeed aus der drachenwelt